Ich lerne Deutsch. Nummer 2397 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich rufe dich später zurück. Ich rufe dich später zurück. Geh nicht so nah an die Enten. Sie können sich erschrecken. Geh nicht so nah an die Enten. Sie können sich erschrecken. Ich habe ein Stipendium bekommen und muss mich jetzt nicht mehr um die Finanzierung meines Studiums kümmern. Ich habe ein Stipendium bekommen und muss mich jetzt nicht mehr um die Finanzierung meines Studiums kümmern. Komm schnell, wir wollen zusammen nach Hause fahren. Komm schnell, wir wollen zusammen nach Hause fahren. Beim Hindernislauf beweisen die Teilnehmer Willensstärke, Ausdauer, Mut und Kraft. Beim Hindernislauf beweisen die Teilnehmer Willensstärke, Ausdauer, Mut und Kraft. Das Team bereitet alles für meine Show vor. Ich sammle jeden Tag die Eier von unseren Hühnern ein. Ich sammle jeden Tag die Eier von unseren Hühnern ein. Halte die Angelrute mit beiden Händen fest. Halte die Angelrute mit beiden Händen fest. Warum ist hier Stacheldraht angebracht worden? Warum ist hier Stacheldraht angebracht worden? Bis gestern fuhr der Zug durch diesen Tunnel. Die Strecke ist jetzt gesperrt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Hilfst du mir, die alte Tapete von der Wand zu entfernen? Hilfst du mir, die alte Tapete von der Wand zu entfernen? Ich bin verrückt nach Schuhen und gebe fast mein ganzes Geld dafür aus. Verstehst du mich? Ich bin verrückt nach Schuhen und gebe fast mein ganzes Geld dafür aus. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Verstehst du mich? Die Kinder kommen gerade aus der Schule. Ich koche für uns alle ein gesundes Mittagessen. Was ist es diesmal? Welches Geschenk macht Ralf mir heute? Diese Pillen sind ohne Rezept erhältlich. Ich kann Ihnen andere geben, wenn Sie ein Rezept haben. Diese Pillen sind ohne Rezept erhältlich. Ich kann Ihnen andere geben, wenn Sie ein Rezept haben. Es ist so schön, hier zu sitzen. Du brauchst mir den Dienstplan nicht zu zeigen. Ich habe nächste Woche frei. Gemeinsam gehen wir zur Plattform des Eiffelturms und schauen uns Paris von oben an. Ich habe immer noch nicht die richtige Idee, wie ich die Situation grafisch erklären soll. Mithilfe meines Tablets kann ich ganz einfach im Internet surfen und mit Freunden kommunizieren. Mithilfe meines Tablets kann ich ganz einfach im Internet surfen und mit Freunden kommunizieren. Ich habe eine Überraschung für dich. Du musst deine Augen schließen. Ich habe eine Überraschung für dich. Du musst deine Augen schließen. Meine Jeans hängen immer ordentlich auf einem Kleiderbügel. Meine Jeans hängen immer ordentlich auf einem Kleiderbügel. Meine Jeans hängen immer ordentlich auf einem Kleiderbügel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Du musst deine Jägerbügel. Du musst deine Augen schließen. Ich habe eine Braum.